Praktiziere Selbstliebe. Tue Dinge, die dir gut tun. Wenn du möchtest, lauf barfuß. Wenn du möchtest, lege dich entspannt in einen Sessel. Wenn du möchtest, geh in den Wellnessbereich, mach Sauna. Wenn du möchtest, geh nach draußen einen Spaziergang machen. Wenn du willst, sonne dich, tue etwas, das dir gut tut. Wenn du überlegst, dass wir 365 Tage in einem Jahr jeden Morgen aufstehen und Dinge tun, die uns nicht gut tun, dann ist das eigentlich absurd. Wieso sollten wir unser Leben leben und Dinge tun, die uns nicht gut tun? Wieso stehen wir nicht jeden Morgen auf und tun das, was uns Spaß macht, was uns wirklich erfüllt? Wieso nicht? Ich möchte dich aufrufen, es einfach zu tun. Was immer dir Spaß macht, tu es einfach. Lerne aus deinen Fehlern und verbessere dich stetig. Verbessere dich stetig und praktiziere Selbstliebe.